Musiker Musiker Das ist schön und Musiker Wir haben mit Musik da noch Das sieht so aus Noch eine Runde Radetzkymarsch Da muss jemand los schneiden Ich glaube jetzt haben wir alles, oder? Ja Nicole ist fertig, aber ich weiß nicht Ob der schon zum Autoholen los ist, oder nicht Das weiß ich jetzt auch nicht Ich hätte sie jetzt mal runter auf die Schlase gestellt Dass man von der Lena kommt Ich kann den so locker machen Ja, nein, ja Brauchst du noch wahrscheinlich, weil ich weiß nicht Achtung Oh, das ist eine Kirsche Ja Echt? Einfach mal vorgehen Tschüss Habt ihr das eine Ecke mit der Kasse? Ja, habe ich So Du bist ein Zivil, du darfst das tragen Ja Ja Dann musst du sie noch mal ein bisschen aufmachen Ach so Ach so Ach so Ach so Ach so Ach so Ach du willst rein Bist du eine Süße? Ja Da möchte jemand aufgemacht bekommen Ich kann dich reinlassen Keiner von uns hat einen Schlüssel Hi Wie heißt sie denn? Oh Das ist ja auch ein Trubelchen Fein, wo wohnst denn du? Keiner kann dich reinlassen Ja Magst du keine Katzen? Oh, voll gutes Bild Hehehe Hehehe Hast du Foto oder Video? Video Lohnt sich eine Fotobombe oder ist sie jetzt peinlich? Ist egal Jaaaaa Du weißt, dass das auf YouTube landet, oder? Echt? Ja Ich werde schneiden Wir wurden jetzt eh schon vor so vielen Touristen fotografiert Ich fürchte, dass mit der Datenschutzverordnung greift eh nicht mehr Das sieht echt voll gut aus Ach das sieht echt voll gut aus Jetzt ist aber leider die Krinoline an der Seite Jaaaaa Ohoho, wie anrühchig Ohoho Das ist süß Ich warte auf meinen Hofstart Hehehe 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 Tadaa Oh, ja, perfekt Super Wenn du den künstleren Blick offen lässt Dann kann man schon Ihr könnt ja einfach auf der Seite hier bleiben Gut Ja Machen Wer hat alles eine Decke? Wer hat alles eine Decke? Man fiel mit dem Kopf eine? Schauen wir nicht Da hinten kommt der Rest Da hinten kommt der Rest Da hinten kommt der Rest Weil die irgendwie zwei Körner und eine Tüche haben Hehehe 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 Dorothe ist die Königin Die sitzt auf ihrer Brune Verdammt Ja Wir können dir so ein Blumenkränzchen machen Da kommt nie eine Mail Wie groß ist der Sekt? Ich habe Sekt Ja Die erste Flasche ist bei gleich Ich hab nur zwei Also, haltet euch zurück meine Damen Warte, ich habe ein Formular dabei Hehehe Hehehe Stimmt, da gibt es auch diese Statistenformulare, ne? Wer möchte von euch? Prost! Prost! Wir machen das zum Vergnügen Wunderbar Zum Vergnügen Weil man es kann Hehehe Weil es uns Spaß macht Ich hoffe es knallt jetzt Wird du nicht? Das senkt man Das geht schon Oh, danke Ich glaube ich wechsle auch von Oh, der ist gekleid! Wo ist er hin? Ich glaube das waren locker fünf Meter Ich habe es gar nicht fliegen gesehen Das ist gut Moment Gut gelandet Du filmst? Hm? Du filmst? Mhm, das sieht voll pittoresk aus Und der Michael sitzt mittendrin und passt nicht rein Der sitzt genau in der Mitte vom Picknick Und er hat kein Kostüm an Aber er ist irgendwie schön verdeckt von euch Ja Der ist auch gestern mit seiner Weste gar nicht aufgefallen Ich verlasse jetzt mal die Gesellschaft, dann kannst du da an die Kostüme befinden Das sah aber nicht Und jetzt stehst du hier im Weg, also geht das nicht Schmecken die Dinger gut? Da wo mein Kahn frisst Super, super süß Ich würde mich fragen, weil sie das nicht so dann wie den Tisch aufzuhalten Aber dass sie das halt im privaten Läumen Wenn man auf dem Gras mal nach rutscht Hier wird schon irgendwas auf dem Rutsch Also wirklich Wo? Ach hier unten Im Gras oder Entenkacke Sehr gut Das freut mich Stimmt Lauf zurück Dann machen wir die Rutsche bitte Ja komm in die Mitte so Lauf zurück Dann machen wir die Rutsche bitte Ja komm in die Mitte so Ja Wir müssen jetzt halt jetzt gucken, was ich mache So stehen 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 Wie hält man die Hand beim Grinolinrock Das sieht irgendwie alle scheiße aus Wie hält man die Taschen rein? Aber kochen wir ja so Seine Taschen So stehen So stehen Dreht euch Dreht euch Alle mal Hey Alle mitmachen Alle mitmachen Auf geht's Auf geht's Auf geht's Franzi Anker drehen Jetzt zerstört den Schott Dann dreh langsam Du kannst nicht in Slowmotion drehen. Ich habe eine Anleitung von 68ern, wie genau man es zu machen hat. Da ist jemand traumatisiert. Gibt es auf YouTube zu sehen dann in drei Monaten. Gibt es da noch ein Herrenfoto? Nach dem Motto, wir haben zwei historisch gewandetzer Herren und einen modernen. Ich habe gesagt, das ist 1950er Professor in Rente. Das ist ja wieder Retro. Oh, das bin ich. Wollen wir den Rokoko her mit dazu nehmen? Ja, du bist schon mit dazu. Er durfte auch nicht zu den Krinolinen mit dazu, obwohl er in die Zeit gehört. Weil er keine Qualle ist. Das ist jetzt einfach unfair. Habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Klapp mal die Falte. Für die Prozessor mal von vorne ein bisschen. Ja, vorne die eine Falte ist rein. Ja genau. Ich glaube du musst näher dran. Das ist so schön. Wollt ihr das aufbremsen? Es kommt ein Auto. Was? Was die Tüschel bringt? Oh, oh. Wo ist mein Eingang? Und mein Auto klingt. Hä? Man kann historische Aufbremsen so machen? Für das W-A-Lex-Tür. Normalerweise sind das noch irgendwie... Ja, ja. Ich habe keine Arme. Was fand ich auf der Flache? Was fand ich nicht so? Was fand ich nicht so? Ja. Was fand ich so? Da sind ganze Menschen nur so eine Brache. Was? 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 Ja. Ja. Oder? Ja. Ja. Juhu. Auf auf und davon. Ich muss sagen, im Wind sieht ein Rock voll dynamisch aus. Dankeschön. Wie? Wie? Sie hat gesagt, wir gehen spazieren. das war's. Es war wohl tatsächlich aber. Ich hatte den Knie. Ich sehe ja auch wenn ich ein Leiter möchte. Ja. 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 Du stehst da so wie der XY-Y-Style-Nist, das kannst du nicht mehr machen. Tadah! Ich blieb! Ich blieb! Also, die dich so den Berg und ich kann. Und wenn die Roma so etwas, könnte ich es eigentlich nicht mehr finden. Machst du nicht mehr. Ich warte mir auf. D- I-Style-Nist, ich brauche das. Du bist ja nicht mehr. Dann wird es wieder. Du bist die Hände der através der auf die. Das wäre aber lustig, wenn wir ihn dürfen, wenn wir ihn wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank.